Also, wenn ich mich jetzt beschreiben müsste, dann würde ich sagen... Loyal. Also auf keinen Fall kriminell. Ja gut, also ich war schon zweimal hinter Gittern, hab halt Raubmord begangen. Aber du musst mich halt immer wieder gehen lassen, weil ich ja keine Eier lege. Seid Pech. Also aber es ist auf jeden Fall so, dass ich was aus meinem Leben machen will. Auch wenn mir die anderen nichts zutrauen. Spatz. Spatz. Ich möchte meine Lebensgeschichte aufschreiben. Es wird ein verdammter Bestseller. Also ich bräuchte jetzt halt nur noch Internet. Und vielleicht auch jemand, der den Scheiß für mich tippen kann. Aber da finde ich schnell jemanden. Hey, kann ich mir helfen? Also ich bin controle, jetzt oder? Dass es mit mir tippet. So details. Untertitelung des ZDF, 2020